Eine bayerische Hütte, in der es auch Cocktails gibt. Genau das ist der Fuchsbau in Fritzlar. Die FFA Kneipentour ist zu Gast in Nordhessen. Auf geht's! Wer hier im Fuchsbau eine Lokalrunde gibt, der darf diese Glocke läuten. Und jetzt ist mein großer Moment gekommen. Achtung! Warum trefft ihr euch so gerne hier? Weil es immer tolle Events gibt und die Musik ganz gut ist, der Wirt ist sehr, sehr lieb. Weil der Laden Tradition hat und weil der Alex alles in Bewegung setzt, um jedes Mal Events möglich zu machen. Das Zusammensein, also hier fühlt man sich wohl. Das bin ich halt. Das ist ein Stück hoch. Bis zum nächsten Mal.